Und wir kommen zur Politik. Vor etwa einem Jahr haben die FPÖ und drei Abgeordnete der Liste Frank eine neue Zusammenarbeit im Landtag beschlossen. Damals hat man sich darauf geeinigt, künftig gemeinsam Anträge einzubringen, um so die für Anträge notwendige Anzahl an Stimmen zu erreichen. Diese gemeinsamen Anträge sind aber umstritten, weil Abgeordnete dabei Anträge unterschreiben, die sie inhaltlich ablehnen. Das sorgt für Irritationen, etwa bei der gestrigen Landtagssitzung. Die FPÖ hat zwei Anträge der Liste Frank zwar unterzeichnet, später aber dagegen gestimmt. Bei der gestrigen Landtagssitzung ist unter anderem über eine Wehrpflicht für Frauen diskutiert worden. Dafür sind eigentlich nur einige Abgeordnete der Liste Frank. Aber auch die FPÖ hat den Antrag unterzeichnet. Laut Geschäftsordnung sind nämlich mindestens sechs Unterschriften notwendig, um einen Antrag einzubringen. Die FPÖ hat dann aber gegen den Antrag gestimmt, den sie selbst mit eingebracht hat. Es ist ja deswegen kein Problem, weil eben mittlerweile auch die Dümmsten kapiert haben, dass es eine technische Zusammenarbeit ist. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir hier zulassen, dass die Diskussion geführt wird. Und dann, so wie in einer Demokratie, stimmen wir gegen diesen Antrag und die anderen dafür. Also diese Diskussion würde es ohne uns nicht geben und ich glaube, dass es daher insgesamt kein Problem ist. Neben der Wehrpflicht für Frauen ist auch die Einführung einer Fahreignungsbestätigung für Senioren im Landtag diskutiert worden. Auch hier hat die FPÖ gegen den Antrag der Liste Frank gestimmt, den sie vorher unterzeichnet hat. Laut Waldhäusl wäre man aber bei etwa 80 Prozent der Themen einer Meinung. Im vergangenen Jahr habe man etwa 40 Anträge gemeinsam eingebracht und auch gemeinsam dafür gestimmt. Ähnlich sieht man das auch bei der Liste Frank. Die Frage der inhaltlichen Übereinstimmung stellt sich da gar nicht. Es geht mehr darum, dass unsere Fraktion in der Lage ist, die Ideen und die Projekte und die Aktivitäten umsetzen zu können. Und da brauchen wir nun mal zwei Abgeordnete anderer Fraktionen. Mit der blauen Fraktion, mit der FPÖ haben wir viele Übereinstimmungen. Natürlich in einzelnen Sachfragen kann es eine hundertprozentige Übereinstimmung nie geben. Bis vor einem Jahr hat es noch eine Zusammenarbeit zwischen der FPÖ und den Grünen gegeben. Die ist wegen großer inhaltlicher Diskrepanzen aber beendet worden. Auch die Grünen waren danach auf Partnersuche, allerdings erfolglos. Seitdem ist es für die Grünen deutlich schwieriger geworden, ihre Themen zu diskutieren. Nur vier ihrer Anträge seien im vergangenen Jahr zugelassen und Ausschüssen zugewiesen worden, heißt es.